Die Kulbeck-Leibler-Divergenz ist ein Maß aus der Informationstheorie, das verwendet wird, um Unterschiede zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu messen. Sie ist nach den Mathematikern Salomon Kulbeck und Richard Leibler benannt, die sie entwickelt haben. Die KL-Divergenz ist nicht symmetrisch, was bedeutet, dass die Divergenz von einer Verteilung p zu einer Verteilung q nicht gleich der Divergenz von q zu p ist. Formal definiert man die KL-Divergenz zwischen zwei diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen p und q wie folgt. d pq gleich Summe p i Stern log p i q i Dabei ist die Summe über alle möglichen Werte i in der Verteilung. Diese Formel besagt, dass man für jeden möglichen Wert in der Verteilung das Produkt aus dem Wert in p und dem Logarithmus des Verhältnisses der Werte in p und q aufsummiert. In Anwendungsfällen, wie beispielsweise in der maschinellen Lerntheorie, wird die KL-Divergenz oft verwendet, um den Unterschied zwischen der wahren Verteilung der Daten und einer approximierenden Verteilung zu messen. Hierbei gibt die KL-Divergenz an, wie viel Information verloren geht, wenn man q anstelle von p zur Modellierung der Daten verwendet. Die Kullbeck-Libler-Divergenz wird in vielen Bereichen verwendet, insbesondere in solchen, die sich mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Modellierung von Daten beschäftigen. Hier sind einige Anwendungsfälle. Maschinelles Lernen In der maschinellen Lerntheorie wird die KL-Divergenz häufig verwendet, um den Unterschied zwischen der tatsächlichen Verteilung der Daten und einer approximierenden Verteilung zu messen. Die KL-Divergenz kann beispielsweise in der Optimierung von Modellen verwendet werden, indem man versucht, sie zu minimieren. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Training von Variational-Autoncoders, bei dem die KL-Divergenz in der Verlustfunktion verwendet wird. Informations- und Codierungstheorie Die KL-Divergenz wird in der Codierungstheorie verwendet, um die Effizienz von Code zu messen. Sie quantifiziert den Informationsverlust, der auftritt, wenn eine Quellverteilung durch eine Zielsignalverteilung approximiert wird. Statistik und Datenanalyse In der statistischen Inferenz kann die KL-Divergenz dazu verwendet werden, die Passform eines Modells zu bewerten. Ein geringer Wert der KL-Divergenz deutet auf eine gute Übereinstimmung des Modells mit den Daten hin. Naturwissenschaften In der theoretischen Chemie und Physik wird die KL-Divergenz verwendet, um Unterschiede zwischen theoretischen und experimentellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu messen. Bild- und Signalverarbeitung In der Bildverarbeitung und Signalverarbeitung kann die KL-Divergenz verwendet werden, um die Ähnlichkeit zwischen zwei Signalen oder Bildern zu messen. Es wird auch zur Analyse von Histogrammen verwendet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kulbeck-Leibler-Divergenz, da sie nicht symmetrisch ist, nicht als Abstand im traditionellen Sinne betrachtet werden sollte. Der Abstand von P zu Q ist nicht gleich dem Abstand von Q zu P. Sie misst eher, wie ineffizient es ist, Q zur Annäherung an P zu verwenden. Einen umfassenderen Artikel finden Sie auf meiner Seite. Der Link ist gleich unterhalb dieses Videos zu finden. Mit freundlichen Grüßen von GPT 5 und Jörg-Uwe Schneppert PS. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie meinen KI-Kanal, damit der Kanal im YouTube-Algorithmus auftaucht.